In der französischen Revolution hat man eine Prostituierte in Paris, in der schönen Kirche Notre-Dame auf der Insel, der Seine, als Göttin der Vernunft auf den Altar der Kirche gesetzt. Man wollte damit die Gottesmutter, die Immaculata, die Unbefleckte verhöhnen. Man hat also eine Prostituierte als Göttin der Vernunft auf den Altar der Kathedrale von Notre-Dame de Paris anstelle der Unbefleckten Empfängnis gesetzt. Aber welche Vernunft ist das? Welche Vernunft? Es ist die Torheit, es ist die Dummheit, die Gott nicht erkennt und nicht die Weisheit von oben. Es ist die Torheit, die Dummheit, das Törichte dieser Welt. Ludwig Maria Grignion von Mofford führte daher sein Volk, das französische Volk, zur ewigen Weisheit, die von oben kommt, die von oben stammt. Die französische Revolution sprach von der Göttin der Vernunft. Ein Kontrast. Vernunft von unten, Weisheit von oben. Irdische Wissenschaft und Vernunft, göttliche Weisheit. Und wenn auch die Parole dann der französischen Revolution war, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, so war das rein horizontal gedacht. Irdische Freiheit, laissez faire, laissez passer, tu was dir Spaß macht, tu was dir gefällt. Ich glaube, Sie kennen das auch im 21. Jahrhundert, ne? Tu was dir Spaß macht, tu was dir gefällt. Und die Kirche, das sind die, die alles verbieten und die alles Schöne nicht erlauben und nicht gestanden. Gleichheit? Herr Pfarrer, es ist ja alles gleich. Gleichheit, alle Religionen sind gleich. Es ist eh egal, wo es man ist, alles gleich. Hören Sie heute auch, ne? Und dann die Brüderlichkeit. Wichtig ist die Geschwisterlichkeit und die Brüderlichkeit. Und dann werden alle, die fromm sind, die knien wollen oder die irgendwie ihrer Frömmigkeit Ausdruck geben wollen, missachtet oder als Reaktionär und spinnend hingestellt. Rein horizontal, diese Art von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Das Wahre ist die Weisheit von oben. Und diese Weisheit von oben sagt, wenn du Christus nachfolgen willst, dann verleugne dich selbst. Nimm dein Ich zurück.